Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind wieder in Final Fantasy 7 Reapers. Und Junge, 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 nach der Story, also ich meine, diejenigen, die das Originalspiel kennen, werden wahrscheinlich nicht überrascht gewesen sein, aber mich hat es schon überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass Sephiroth, Genova, ich vermute mal, die beiden sind mittlerweile eine Person, die Kontrolle über Cloud übernehmen können. Mensch, das kann ja richtig gefährlich werden. Zum Glück nochmal die Kurve gekriegt, aber Junge, 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 das hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, Cloud kann sich irgendwie noch von deren Einfluss befreien. Adlerschwingel, das für Yuffie. Okay, dann werden wir gleich mal gucken. Berit Hortejun, Cloud hat ja auch eine neue Waffe gekriegt, genau wie Tifa, denn gucken wir mal kurz bei Yuffie, hat sie ihre Fähigkeit überhaupt schon gelernt? Ja, ne? Ja, ja, ja. Gut, dann geben wir ihr die Adlerschwingel. Ein weniger physische Attacke, wenn da sonst nichts ist. Und Fertigkeiten und Multiplizierung. Er schafft einen Doppelgänger, der eine Zeit lang genauso handelt wie das Original. Kann in der Luft eingesetzt werden. Okay, klingt auf jeden Fall interessant. So, sie hat Luftstehlen. Geschwächte Abwehr. Was geben wir denn sonst noch? Ich brauch mehr Blaue. Zerstörung, Barriere-Durchbruch, ich weiß nicht, da bin ich nicht so der Fan von. Courage anwendbar, geschwächte Attacke, Dekourage anwendbar. Komm, wir geben ihr eine, obwohl das müsste man verbinden, ne? TP, Absupportion, Flächringwissen, warte mal. Aber wir haben hier ja Luft. Das ist ja mit Gewitter, denn schnappen wir uns den Stählen und tauschen den damit aus. So, dann haben wir das hier verbunden. Das passt. Dann kann sie, wenn sie Luft einsetzt, auch wieder ein bisschen Lebenspunkte herstellen. So, Eis-Elementare, das bringt uns gar nichts. Sie hat ja Blitz und Wind. Hier, Blitz können wir ihr aber geben. Und MP-Hast ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Gut, und dann machen wir hier erstmal weiter, würde ich sagen. Die sitzen ja alle hier vorne, sind wahrscheinlich geschockt. Du sagst also, dass es im Lebensstrom einen Kampf gab? Schwarze Mäuren gegen den Planeten? Und dass diese Mäuren auf Zephyros Seite sind? Hm, so sah es für mich jedenfalls aus. Konntest du denn erkennen, wie er die Oberhand hat? Der Lebensstrom. Der Planet. Natürlich hat er das. Ich hab es doch gewusst. Der Planet kämpft mit aller Kraft. Mit Leib und Seele ringt er auch jetzt um sein Leben. Da, ich kann seinen Kampf schreiförmlich hören. Dann lauscht doch mal. Er setzt sich zur Wehr. Und zwar gegen aufdringliche Typen wie diese Silberlocke. Wir sind die einzigen, die ihm helfen können. Der Planet. Kämpft für uns und wir. Für ihn. Alle zusammen. Oder? Genau. Ja. Also das klingt ja alles ziemlich wichtig. Es gibt da einen Ort, an dem ihr Antworten finden könnt. Du meinst Cosmo Canyon. Die Wiege der Planetenkunde. Ich glaub, wir sind nicht weit weg. Gibt's da denn auch Materie? Dann bin ich nämlich dabei. Los, gehen wir! Seit jeher sammelt man an diesem Ort das Wissen über den Planeten. Natürlich gibt es dort auch... Okay. Dann mal los! Hey, Red. Du siehst glücklich aus. Ist meine Heimat. Na, dann scheinen wir uns ja alle einig zu sein. Der Weg dorthin ist gefährlich. Aber ich hab einen Tipp. In der Nähe vom Dorf ist eine alte Landebahn. Von dort operiert ein Freiflieger. Folgt einfach dem Pfad hinter dem Südtor. Dann findet ihr sie. Und ich... Das hier ist Fango. Der Kleine hat sich richtig an euch gewöhnt. Er wird euch sicher dorthin führen. Vielen Dank, Disney. Für alles. Passt auf euch auf, okay? Wenn ihr noch was braucht, findet ihr es bestimmt im Dorf. Okay. 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 Red's Heimat. Schön. So hört man die ganze jetzt nicht mehr. Okay. Bildet ihr bloß nichts darauf ein? Ich hab bestimmt nur von Marlene geträumt. Ah ja. Okay. Wir haben auf jeden Fall neue Allesgönner-Aufträge. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Aber das kriegen wir alle schon hin. Und hier runter müssten wir rein. Theoretisch. Da. Und zur Landebahn. Aber wir haben hier allgemein was zu tun, ne? Also, wir gucken jetzt erstmal in Schwarze Brett. Ähm... B-b-b-b-b... Das ist wo? Hier irgendwo, ne? Einmal gucken. Hallo, Rico. Ja, das machen wir auch noch. So, Junge. Seid auf der Musik. Ja, ist es. Hier ist es. Ah, aber mit etwas zu erfahren wäre auch schön. Hier, das haben wir ja schon. Auszubildende einer Jugendwehr. Dorfgogon da Südtür. Ich suche jemanden, der mir zeigt, wie man richtig kämpft. Denn ich möchte unbedingt stärker werden. Gibt es da draußen jemanden mit viel Kampferfahrung? Jo, kommt an den Bahn. Und hier? Meine liebsten Hühnerchen. Hühneroma. Dorfgogon da Südtür. Vielleicht fall ich im Platz. Der starke Wind neulich hat überall im Stall meine süßen Hühnchen Löcher hinterlassen. Sind sie in alle Richtungen davon geflattert? Kann mir jemand beim Einfangen helfen? Hm, eine Hommage an The Legend of Zelda. Kann ja sein. Da gibt es auch immer Hühnereinfangen. Hm. Zumindest in älteren Teilen. In neueren weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Bin ich so der Fan von Brassus und Wald und Co. Die, die, ist das hier unten? Scheint so. Das sollte doch fürs Erste genügen, denke ich. Junger Mann, wartet doch mal kurz, ja? Wir haben's eilig. Wisst ihr, aus dem Reaktor ist so schwarzes Zeug rausgekommen und weht jetzt in Böen hier herüber. Der Stall war schon lange nicht mehr im besten Zustand, aber jetzt sind hier überall Lächer. Und meine kostbaren Hühnerchen sind allesamt ausgeflogen. Den Stall konnte ich ausbessern, aber wie fange ich jetzt die Hühnerchen wieder ein? Die flackern hier so lebhaft durch die Gegend. Da kommt ein altes Mütterchen nicht hinterher. So schnell wollen mich meine Beine nicht mehr tragen. Hm, okay, das ist eindeutig eine selbe Einspielung. Mehr über die entflohenen Tiere entfahren. Alle Geschwisterchen dieser beiden sind davon gestoben. Meine kleinen Lieblinge Henriette und Hannelore sind brav und artig und deshalb hier bei mir geblieben. Aber härter Hanecret, Hanni und Henrik haben sich schnell wie der Wind aus dem Staub gemacht. Okay, und die Windböen? Solche Windböen gab's hier noch nie bisher. Aber auf einmal taucht dieses schwarze Zeug auf und dazu noch diese merkwürdigen Flugzeuge. In letzter Zeit passiert hier ständig irgendwas. Dabei war der größte Vorzug dieses Dorfes, dass es hier so schön ruhig war. Okay, wir helfen dir, Oma. Wir helfen dir. Wir müssen die Hühner einfach nur einsammeln, ja? Ja, das wär fein. Mach 2000. Die Hühnerchen lieben diese Dose hier. Was? Wenn du es schaffst, damit ihr Interesse zu wecken, kannst du sie bestimmt bis zum Stall locken. Hier ist wohl mein guter Geruchssinn gefragt. Okay, leg los. Drei von den Hühnern wittere ich im Dorf. Allzu weit dürften sie nicht sein. Okay. Die Hühner stehen auf Dosen? Lenke mit der Dose die Aufmerksamkeit der Hühner auf dich. Was? Okay. Und bringe sie zurück zu Kasra. Drücke Steuerkollzertum, um die Dose hervorzuholen und L2, um an ihn zu ziehen. Wenn die Hühner näher gekommen sind, bewege dich langsam rückwärts zum Stall und locke die Federviecher so zurück. Sam, versuch mit Glück. Verstaue die Dose und wirf sie erneut aus. Okay, das heißt, hier ist schon eins der Hühner? Nicht? Okay. Ihr seid schön. Hier war nochmal so. Folgen wir erstmal, Reni. Ist hier unser Super? Da ist eins. Okay, das ist eins. Alles kläge. Wie ärgerlich. Okay. Es darf also nicht so nah an die Dose kommen. Alles kläge. Oh Gott. So soll ich wieder bis zum Stall kommen? Ähm. Echt jetzt? Das soll ich jetzt mit allen Hühnern so machen? Ich find doch, Röff jetzt nie im Leben den Weg zum Stall, Mensch. Das war jetzt so ein Zufall. Dort vorne. Okay. Wenn ein Hund das Interesse verloren hat, erscheint das Bullfragezeichen bei seinem Kopf. Warte ab, bis die Neugierde des Hunds erneut weg ist. Okay. Na, was für ein Spielchen. Na, na, na. Nochmal von vorn. Ah. Okay. In dem Moment, wo das Fragzeichen kriegt, darf man also nicht ziehen, okay? Okay. Voll die Dusenhühner hier, du. Also, das hab ich auch noch nicht gehört, dass man Hühner mit Dosen anlocken kann. Aber gut. Nichts mehr zu hören aus dem Reaktor. Ist das jetzt gut oder schlecht? Geh mal aus dem Weg. Ist ja schlimm das so. Okay, das hätten wir auch. Willkommen zu Hause, meine kleine Honey. Okay, das nix zu hören. Eins fehlt noch. Ja? Und die Hühner haben einen Zahn drauf. Richtige Tiere spielen halt in einer anderen Liga. Bist du etwa kein richtiges? Es scheint das Symbol Ruhe über den Kopf eines Sohnes. Macht er sich bereit, die Dose zu attackieren. Drücke im richtigen Moment L2, um die Dose zu dir anzuziehen und den Angriff zu vermeiden. Ich bin Ketschi, der große Wahrsager, habe die Ehre. Ich sollte langsam mal die Batterien austauschen, denke ich. Nein, das war knapp. Also wirklich, dass der passende Job ist für ein Alleskönner? Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wohl, ihn mag sie es nur verschlagen haben. Hertha scheint in Richtung Flugplatz entwischt zu sein. Wir müssen sie finden, bevor es ein Ungeheuer tut. Okay. Die ist also nicht im Dorf? Junge, 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 du. Alter, gut. Es funktioniert zwar anders als das Helder, da musste man den Hühner quasi hinterherjagen und sie packen. Konnte mir, glaube ich, auch, wenn man seine Hand hatte, kleine Vorströme runtersegeln. Hier muss man sie mit der Dose anlocken, oder? Ah, da hier braucht die Hauptquests ist, träge ich sie hoffentlich nicht. Sag mal, was ist eigentlich ein Freiflieger? Seit dem Niedergang der Republik regiert Schindra quasi den Luftraum. Wenn die Arschlöcher könnten, würden sie sicher auch den Vögeln das Fliegen verbieten. Doch die freien Piloten kümmert das nicht. Sie fliegen, wohin sie wollen. Ist auch gut so. Der Himmel gehört niemandem. Schon gar nicht diesem Drecksverein. Freiflieger sind also quasi ein ausgestreckter Mittelfinger. Also so einer würde mir gefallen. Schöne hier. Der Weg zurück ins Dorf ist lang. Also höchste Konzentration. Ich soll das ja jetzt nicht allen Einzelsmann der Dose hier machen, oder? Den langen Weg? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nein. Das war knapp. Und ich wette, das nutzt alles. Auch die Angriffe und so. Eieieiei. Ja, der Dorf ist wirklich lang. Aus dem Weg. Was ist denn das für ein Vieh? Das war's. Okay. Einmal analysiert. Das muss sein. Ein Vogelwesen, das nicht mit Federn, sondern mit Schuppen bedeckt ist. Als Wächter des Waldes, beschützt es die dort heimischen Tiere und Pflanzen vor Eindrängen liegen. Dieser Livikron oder Livirikon wird nach einer Weile schockanfällig. Wobei allerdings sein Körper elektrifiziert wird. Diesem Zustand setzt er betäubende Angriffe und Konter ein. Der aufgelandene Zustand endet, wenn dir kein Kreatur geschockt wird. Wirksam ist Frost. Okay. Kriegen wir alles hin. Hier, Eiser rauf. Erfriere. Jetzt oder nie. Volle Kraft. Okay, Biri. Dann hau du einmal bitte deine maximale Wut rauf. Und du, Cloud, einmal deinen Mut an geriffen. Nimm das. Wo ist das denn? Noch mal deinen Mut an geriffen? Das war's dann. Das war's. Nimm das. So, dann kriegt er noch mal einen Eisraum um die Uhren. Es wird kalt. So, und gleich noch mal. Er ist ziemlich schwach. Der Feind ist gekämpft. So, haben wir noch Platz. Hey, was? Keine Sorge. Die Gute hat genug von den Schrecken hier draußen und möchte zurück ins Dorf. Verstehst du das Gegacker etwa? Das meiste schon. Es scheint ihr im Dorf sehr gut zu gefallen. Vermutlich fehlt es ihr dort an nichts. Wir sollten auch zurück. Red kann sich mit den Hühnern unterhalten. Okay. Warum nicht, ne? Wir sollten auch zurück. Hier haben wir einen Auftrag der Jugendwehr, aber eins hat den anderen. Wir porten uns einmal hier hin. Dann brauchen wir zumindest das zu. Nicht die ganzen Wege mit der Dose locken. Alles klar. In der richtigen Richtung? Ja, ich muss nur geradeaus. Alles klähen. Junge, Junge, Junge. Die, 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 die. So, Jungs. Zeit für den kleinen Drinken. So, Oma. Hühner alle wieder da. Welch eine Freude. Alle sind wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Hühner wirken ebenfalls glücklich. Sie scheinen es hier wirklich zu mögen. Ich bin euch ja so dankbar, ihr Lieben. Nach dem ganzen Umhergerenne habt ihr doch sicher Hunger, oder? Weil ihr euch so ins Zeug gelegt habt, werde ich euch einen leckeren Festschmaus servieren. Hertha, halt mal kurz still. Nee, jetzt was? Alter, was? Das ist jetzt aber mies. Vielen Dank für alles, was ihr heute für mich getan habt. Kommt doch bald mal wieder vorbei. So leckere Brathähnchen wie bei mir bekommt ihr sonst nirgendwo. Womöglich sind sie vor diesem Schicksal nach draußen geflohen. Und ich hab sie wieder. Fressen oder gefressen werden. So ist das Leben. Alter, was? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Auftrag nicht gemacht. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr macht einer lieb und freundlich und dann frisst sie die. Ich mein, äh, ja, ich esse auch Hühner, so ist es nicht. Aber, äh, ich mein, die Hühner kenne ich nicht persönlich. Den hab ich damit kein Problem. Aber wenn ich das Tier persönlich kenne, hab ich damit schon ein Problem. Ich weiß es, welche Leiche, aber das ist es nun mal leider so bei mir. Oh Gott. Was ist denn das für eine miese Quest? Da könnte man ja glatt zum Vegetarier werden. Mei, oh mai. Ist das hier oben? Also, ähm. Was ist denn, dass ich hier mit dem Schokobo hochrüpfen muss? Möglich wäre es, ne? Wir probieren's mal. Hm? Komm hier gar nicht rauf. Warum nicht? Die, 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 die. Nein. Das war definitiv nicht richtig. Okay. Aber zurückschießen ist auch nicht. Ich meine, hier ist ein Turm. Ja. Wir porten uns einmal hier hin. Die, 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 die. So, sind wir hier jetzt... Ne, einmal nachher Richtung. Ich will doch die Quiste machen. Die, 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 die. Gut. Einfach mal wissen wir jetzt, das Pilz ist nicht richtig. So. Den hier rein. Und hier waren wir eben. Kann ja auch sein, dass der hier unten irgendwo ist oder so, ne? Und weiter geht's. Ja, ich höre ihn ja auch schon. Ist hier irgendwo? Ist der im Wasser? Könnte natürlich auch oben drauf sein. Gugeln wir einmal kurz. Wieso klaut es jetzt nicht erst schon wieder auf den Schuppen? Und da, da. Die, die, die. Ich wünschte manchmal... Und weiter geht's. Ich wünschte manchmal... Es würde eine extra Tasse geben fürs Aussteigen. Damit man nicht ständig aus Versehen aussteigt. Ich glaube, der ist hier oben. Aber wie komme ich hier hoch? Hier lang? Oh, nee, ne? Hier oben ist er, ja. Ha! Oh! Ich... Also... Ich hätte da eine Bitte. Ich will stärker werden. Und mit eurer Hilfe wird mir das auch sicher gelingen. Mein Name ist Zotetsu. Ich bin in der Jugendwehr. Unsere Chefin hat mir von euch erzählt. Sie sagte, dass ihr es selbst mit Shinras neuesten Waffensystem aufnehmen könntet. Ach, erzählt man sich das ja? Nun, ich will ja nicht freuen, aber... Genau so ist es. Ihr müsst mir unbedingt das Kämpfen beibringen. Will nämlich so stark wie Zack werden. Zack sagst du? Ja, ja, wir wissen ja. Er ist zu den Kindheitstagen ein guter Freund von mir. Nachdem er das Dorf verließ, habe ich allerdings nichts mehr von ihm gehört. Aber er ist ja auch Soldat. Ob Frieden herrscht oder nicht, er wird bestimmt trotzdem viel in der Welt umhergeschickt. Ja, und warum willst du stärker werden? Warum wohl? Für die Sicherheit des Dorfes. Bei so vielen Ungeheuern, die hier herumstreuen. Natürlich hätte ich auch nichts dagegen, von meinen Kameraden beneidet und von der Chefin gelobt zu werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Eija, gut, für sowas haben wir keine Zeit. Tut mir leid. Wir sind nur auf der Durchreise. Bitte, ich flehe dich an! Hä? Du meinst mich? Du hast den gleichen Wurfstern wie Sisney. Ich habe ihn sofort erkannt. Du bist die Einzige, die mir weiterhelfen kann. Bitte, würdest du mich im Kampf unterrichten? Von Yufi? Ich weiß ja nicht. Aber wenn du so sehr darauf bestehst, gegen einen kleinen Opolus in Form einer Materie, ließe sich schon was machen. Mein Training ist allerdings ziemlich streng. Gewiss, ich bitte darum. Also gut, du hast es nicht anders gewollt. Wenn du bereit bist, treffen wir uns da drüben, Schüler Nummer 1. Jawohl, ich bin allzeit bereit, Meisterin. Oh Mann, oh Mann. Komm doch mit, wird bestimmt lustig, Schüler Nummer 2. Oh Mann, oh Mann. Erstens ist sie immer noch total materiell besessen. Zweitens, Yufi als Lehrerin, das kann nicht gut gehen. Das kann absolut nicht gut gehen. Ninja zeichnen sich vor allem durch ihre Ausdauer aus, weshalb wir auch gleich mit der Schinderei anfangen. Ein Ninja muss im Notfall nämlich blitzschnell zu seinen Kameraden zurückkehren können, kapiert? Jawohl, Meisterin. Ah ja, mit dem Training beginnen. Erst mal gucken, was das wird. Dann auf die Plätze. Fertig. Los. Was genau soll ich jetzt machen? Bin voll. Ich bin immer schön konzentriert, mein Schüler. Wer wagt es? Weise mir den Weg, Meisterin. Ey, 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 gut, ich schwitze. Und tschüss, los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Was war das denn gerade? Ich habe gar nicht gesehen, dass es sich aufkommen gibt. Das suchen wir vielleicht noch einmal, Meisterin. Ja, warte mal. Hilfst du zu gut dabei, den Gegner dreimal zu treffen? Zweimal? Ich darf nicht so viel raufhauen. Okay, das ist ein Kampfunfähig. Hat er schon gezählt? Rufe Schockanfälligkeit. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Da gehört mehr zu, als ich dachte. Ich habe die wohl zu schnell umgehauen. Wer wagt es? Weise mir den Weg, Meisterin. Oh Gott, er muss zu fällen. Alle sind am Vorderen. Okay, wir müssen mal Analyse ein. Jetzt nütze ich alles aus. Analyse. Eine amphibische Kreatur, die hatten wir schon. Wirksam ist Frost. Nütze ihn mit Handschwächen hier. Es ist aus. Aus der Weg. Der für dich. Gut, dreimal getroffen hat er sie. Aber wie kriege ich die jetzt schockanfällig, ohne dass sie sterben? Ich nehme mal lieber normal Eis. Eiskalt. Wie schmeckt dir das? Er ist nicht schockanfällig geworden? Wenn ich jetzt nochmal rauf vorstirbt, dann doch. Erstarre. Man muss alle drei Punkte schaffen. Okay. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, das verstehe ich manchmal nicht. Ich habe die elementaren Schwächen genutzt und trotzdem wird er nicht schockanfällig. Da sahen wir ja schon ein paar Mal das Problem. Oh Gott. Gut, Analyse brauchen wir jetzt nicht, aber ich schaue jetzt mal nicht rauf. Und dann versuche ich sie nur schockanfällig zu machen. So, Eis. So, das ist er. Jetzt muss er nur noch dreimal auffauen. Dann mach mal, mein Freund. Ja, genau. Und nochmal. Komm, hau nochmal rauf. Junge, hau rauf, Mensch. Jetzt. Boah, jetzt können wir sie auch umhauen. Genug. Jetzt haben wir alle drei. Schön. Ich stecke dir da erstmal fünf Minuten in der Ecke und mach nix. Gut. Und weiter geht's. Gut. Das ist schon mies, diese Aufgaben. Wenn die NPCs nicht das machen, was sie sollen. Wie heißt so schön? Den Ninja im Bike vor lauter Bäumen nicht sehen. Die, 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 die. Zielen und Volltreffer. Lehre mich all deine Weisheiten. Zweimal Schockanfälligkeit hervorrufen. Und Schock herbeifuhen und dafür sorgen, dass er nicht kommt. Da muss ich jetzt wirklich einmal analysieren. Nur kein Übel. Dieser fleischfressende Waldbewohner, das ist auf Überfrost, ist entgegen seiner wildanmutenden Erscheinung ein äußerst geschickter Lauerjäger, der im Dickicht geduldig aus seiner Beute wartet, um sie aus dem Hinterhalt niederzustrecken. Triff ihn mit mächtigen Fähigkeiten, während er im Hinterhalt liegt, um ihn schockanfällig zu machen. Dafür ist der gut, aber auch nicht so einfach. Schockanfällig zu machen, ehrlich gesagt. Okay, warte, 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 warte. Jetzt kippt der um. Ich glaube es doch nicht. Das ist typisch, ne? Jetzt haben wir natürlich nicht, aber der ist schwer. Okay, ich darf nicht gleich raufpulzen. Ich muss warten. Wahrscheinlich stimmt der wieder, ne? Ja. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass meine Gruppenmitglieder ruhig sein sollen. Und das Miese ist, man muss alle drei Aufgaben machen. So knapp gescheitert. Ja, das Problem ist halt, mächtige Attacken, während sie im Hinterhalt sind. Ziel und Volltreffer. Ich versuche das gleich mal mit Schwedstuhl. Die haben so wenig Leben, dass ich selber gar nicht rauffauen darf. Ach nö, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir versuchen das Ganze mal mit. Berett, ich hoffe nur, dass es genug ist. Einer von beiden im Hinterhalt. Nicht Sturmangriff. Hinterhalt, meine Freund. Oh, mein Bastard! Das sind Frösche hier dazwischen, ne? Weißfeger. Jetzt gehen sie nicht im Hinterhalt. Der ist auch im Hinterhalt. Ist das alles? Da. So, da holen wir dann einmal den Schockschuss rauf. Bitte auf den da. Hab was für dich! Genau da gehörst du. So, den haben wir schockanfällig. Der ist auch wieder halbtot. Das ist unmöglich, die in Schock. Und schockanfällig zu kriegen. So, der hat Hinterhalt. Das ist gut. Den nochmal den Schockschuss. Ah, hat sich eh schnell erledigt, sehe ich gerade. Genau wie geplant. Wir sollten das machen, weil der andere ist. Granisch, Kampf und Fisch. Was ist denn das für ein Mist, Alter? Schon mal leid, aber diese Quiz ist das Mist. Vielleicht das nicht einfach den Gegner umzuhauen, Mensch? Das ist auch gutes Training. Das kippt der aus den Latschen. Oh, zähl. Ich wünschte ja, die Punkte, die wir schon hatten, bleiben denn abgehakt. Der wäre es deutlich einfacher. Tut's aber leider nicht. Boah, das ist nicht dein End. Nicht so nah! Übernimm du! Roger, ich übernehme! So schnell wie die im Hinterhalt gehen? Krieg ich aber leider die Leisten nicht aufgefüllt. Lassen wir dafür mal die Frösche. Oh, wollt ihr mal hinterhalb gehen? Das wäre sehr schön. Echt Sturmangriff. Und du kippst bitte nicht wieder gleich um. Das ist kreisfieger. Aber das ist halt auch Glückssache, ne? Du kippst nicht wieder um. Hinterhalt, hinterhalt, hinterhalt. Schockschuss? Der hier, ne? Jo. Ein Bergenspezial! Nicht übel, was! Okay, Beretta hat natürlich jetzt wieder nicht voll. Cloud vielleicht? Mit Mutangriff? Es ist vorbei! War der nicht gerade noch, ähm... Der war da eben gerade noch im Hinterhalt. Das tut weh! So. Schockschuss. Das ist eh hier. Hab was für dich! Alter, wie schnell gehen die denn aus dem Hinterhalt raus? Ich seh dich! Da geht noch was! Auf die 12! Zeug mir eine Trachtbrügel! So, ich muss den unbedingt noch einmal schocken. Nein, nicht den Exo-Fu. Also einen Schockzustandkrieg. Äh, Schockanfällig. Nein! Der ist doch gleich, hops. Wie willst du denn das anstellen? Die sterben viel zu schnell. Ein Bergenspezial! Hab ich doch gesagt. Boah, ist die Quest neffig. Wir haben alle Zeit der Welt. Nein, haben wir nicht. Man muss es echt machen, ne? Boah. Ich will auf, wie die Story weitergeht, man. Vergiss es! Ahn Sie nicht. So, fertig rein. Wir probieren es mal mit Schwertsturm. Das ist der Falsche. Der ist das. Jetzt! Jetzt! Das war knapp. Das war's! So, Schockanmen auch. Du, mein Freund, bleibst mit dem Hinterhalt. Bitte, bitte, bitte. Ziemlich schwach. Ja, und das haben wir. Wir Schockanmen auch. Jetzt nur noch umhauen. Ach, geht doch. Wolle ich gleich so. Alter, was für eine neffige Quest. Oh Gott. Das läuft doch richtig gut. Okay. Lass mich raten. Da kommt... Natürlich kommt noch was. Wir stehen nur ganz am Anfang. Vom Anfang des Anfangs. Klar? Oh, Juffi, das nimm ich dir übel. Das nimm ich dir wirklich übel. Vor allem, weil der Gute ja auch nichts aushält. Achtung! Feintet sich! Zwei Schocks dabei. Ich werde mich beweisen. Alle gehen innerhalb der Side-Limits und er darf nicht wegführen. Okay. Okay. Los, gib alles. Du schaffst das Schock. Wollt schon auf Klopfen, halt. So, wir müssen erstmal analysieren. So, Eis und Blitz. Und mit mächtigen Fähigkeiten, um es schocken zu fliegen. Alles klar. Bring in den Schock. Aber schockgefällig ist hier gar nicht die Devise. So wird das nichts. Alles geben. Kleine Schau, gefällig. Zwei Schocks, aber... Genug. So, klaut es im Limit. Gut, das könnten wir hier jetzt aber auch gut gebrauchen, sei ich ganz ehrlich. Jetzt wird abgerechnet. Zirn! Das! Bringen wir es hinter uns ausgezeichnet. Da lebt hier immer noch einer. So, aber das haben wir zumindest. Schön. Das wäre geschafft! Wieso heilt es ja nicht nur seine? Sag mal, wie viel kommt da denn noch? Ich habe jetzt mit drei gerechnet. Es sind ja meistens drei, aber drei... Jetzt kommt doch schon der vierte. Zudem klaut es so ziemlich litiert, ist, ne? Und was haben wir hier jetzt? Sind... Wäre ein Ziel? Schon erschöpft? Alter Jammerlappen! Ich werde mal da drüben nach dem rechten sehen. Hast so lange Pause. Ohne Ausdauer nützt dir Stärke gar nichts. Das meinte Zack auch immer. Das hier war Zacks geheimer Übungsplatz. Auch wenn an ihm eigentlich nichts geheim war. Jeder im Ort kannte ihn. Ich will so werden wie er. Wäre doch gelacht. Schau! Das habe ich von... Zack gelernt! Schneller! Höher! Immer weiter! Schneller! Höher! Immer weiter! So wird das nichts. Die Winkel der Knie bestimmen die Kontraktion. Du musst die Muskeln im Gesäß und Schenkeln bewusst wahrnehmen. Jawohl! Das sieht schon leicht, dem wir... Das ist... Das ist wirklich... Das ist schön. Ich hoffe, Zack geht es gut. Wo auch immer er ist. Pause kannst du später machen. Hilfe! Zu Hilfe! Ähm... Jufi, was hast du gemacht? In Deckung! Aber jetzt bitte einfach nur umhauen, ja? Ohne Extras, oder? Ich bin total konzentriert! Okay, in das Geschäft! Jetzt liegt es an dir. Ich flieg los! Das kriegen wir jetzt. Los geht's! Der ist für dich! So, dann nehmen wir erstmal den schützenden Magiekreis. Legen wir mal richtig los! So, Cloud, du machst aber trotzdem. Einmal kurz Analyse. Feurio! Okay, dieser pflanzende, fressende Waldbewohner hat sondern wegen einer humonellen Störung dauerhaft ein schwarzes Sekret aus. Sie könnte auch der Grund für seine gesteigerte Angriffsnuss sein. Denn er trampelt alles, was ihm zu nahe kommt, und bammiert sich nieder. Nutze seine elementaren Schwächen aus, um seine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Nach einiger Zeit legt er eine rohe Pause ein. Füge ihm während einer bestimmten Menge Schadenszug im Schock. Also während er Pause macht. Und los! Flieg! Los, los weg! Hat sich gerade noch... Verabschiedet, das ist nicht schön. Okay, warte mal. Ah, Berit... Kann gerade nicht. Wieso? Alter, darf ich jetzt auch mal wieder? Ich glaube, das war's. Sag mal, was machen die denn für Schaden? So, warte mal, Iris, du hattestes Gebiet, ne? Jetzt reicht es hier. Was soll der Scheiß? Ich komme hier ja zu gar nichts. Ich will doch nur. Klaut wieder billig. Äh, will nix wieder? Alleine schaffe ich das nicht. Ich weiß nicht. Das war knapp. Ich seh nicht. Darf jetzt nicht schlafen. Und jetzt immer noch da. Da geht noch was. Da ist auch. Wie schmeckt dir das? Ich brauch mal kurz dein Limit, Iris. Lasst euch vom Wind tragen. Wurde schon angedeutet. Okay. Schockschuss. So, Beret ist im Limit. Das ist sehr gut. Was soll der Scheiß? Da kippt er gleich um. Alter. So ein Bastard. Nicht weg bei den Viechern. Komm schon. Der kippt er nicht um. Der kippt er nicht um. Genau wie geplant. So. Gut. Probieren wir es mal. Direkt nicht hier. Ich seh dich. So, maximale Wunsch. Tausend Schuss und kein Schuss. Nein. So, Cloud. Versuch du mal deinen Mutangriff. Ich seh dich. Moment. Übernimm mal. Ich übernehme. Ich übernehme. Oh, warte. Ich hab eine Idee. Wir sehen uns im Dorf. Meine Belohnung. Was ist mit meiner Materie? Also, Juffi, dafür hast du Tritt im Arsch verdient, aber keine Belohnung. Tut mir leid. So, was ein Neffeltöten ist. Ah, Gott. Gut, wir können uns hier wieder hinporten. Na ja, geil. Über Übungsplatz. Da hätten wir auch noch ein Türmchen. Kommen wir ja von hier aus ganz gut hin. Und das hier ist, glaube ich, so. Das ist der Reaktor, ne? Ja. Gut, wir porten uns erst mal hier hin. Wir haben uns beratschlagt. Wir möchten euch fragen, ob ihr die Jugendwehr als Kampfausbilder unterstützen würdet. Was? Es geht ja nicht nur um mich. Wenn wir alle stärker werden, können wir das Dorf besser beschützen. Wir sind nur auf der Durchreise. Ihr könnt hier doch Rast einlegen. Hm. Wir nehmen den Job an. Für eine Million Gil. Haha. Das ist teurer als gedacht. Aber noch im Bereich des Möglichen. Hä? Und zehn Materia. Aber von der seltenen Sorte, okay? Dann lehnen wir ab. So, Tetsu. Diese Leute sind in der Tat sehr stark. Allerdings scheint ihre Gier noch stärker. Das wird nur zu Problemen führen. Hm. Wenn ihr stärker werden wollt, werde ich euch trainieren. Und zwar ohne irgendeine Bezahlung in Gil oder Materia. Danke, Cisney. Nett von dir. Aber wenn wir die Hilfe von Cloud und seinen Freunden in Anspruch nehmen, könnten wir vielmehr... Ach, meine Hilfe reicht euch wohl nicht. Was das Kämpfen angeht, könnt ihr noch ein oder zwei Dinge von mir lernen. Wenn ihr bereit seid, noch mehr zu trainieren, dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Ehrlich gesagt hatte ich das sowieso vor und jetzt bietet es sich geradezu an. Was sagt ihr? Ich bin dafür. Ich ebenso. Tut mir wirklich leid. Gibt es eigentlich für eine gute Idee, aber ich stehe wohl alleine da. Weißt du, ich hatte zu Anfang das Gefühl, das Schicksal hätte uns zusammengeführt. Macht ihr nichts draus. Also gut, abgemacht. Macht euch auf ein paar schweißtreibende Trainingseinheiten gefasst, dass mir bloß keiner meckert. Geht klar! Cloud! Juffe! Ich weiß ja, dass ihr auch irgendwie über die Runden kommen müsst, aber zu viel Habgier schadet nur. Mag schon sein, aber kostenlos gibt es auch nichts. Her mit der Materie! Drei Stück! Na gut, sagen wir zwei! Hör endlich auf, ist ja peinlich. Oh, bitte wenigstens eine! Mann, 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 Juffe ist furchtbar. Juffe ist furchtbar. Juffe ist furchtbar. Okay. So, und dann haben wir hier... Wir haben zwar noch welche, ja, aber nicht mehr hier im Dorf, ne? Die eine wissen wir ja, die ist hier oben. Die haben wir noch gar nicht entdeckt. Kommt noch, kommt noch. Die werden wir schon noch entdecken. Okay. Das mit den Hühnern war einfach nur furchtbar. Oh Gott. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das andere war eben nervig. Aber das mit den Hühnern, das war schon echt... Ich mochte die Hühner echt nach der ganzen Tutu echt gerne. Ich wollte noch Schettle. Aber, gut. Wann kann ich alles haben, ne? Warte mal. Ist das schön, was neu ist? Sehe ich jetzt essen? Jo, da ist auch der vierte. Sisnai, Dorf Gugonga. Sisnays Haus. Ich möchte eine Suppe aus Gugonga-Pilzen kochen. Aber ich bekomme wir einfach nicht so hin, wie ich will. Leider habe ich absolut keine Ahnung, was ich falsch mache. Ja, okay. Das gibt ein bisschen mehr zu tun hier. Aber, wie ich ja sagte, wir werden alle paar Folgen mal wieder ein, zwei Gämpfer machen. Ja, das wissen wir doch, Schettle. Oder wollen wir jetzt gar nicht hin? Wir holten hier, hä? Die machen wir erst, wenn wir sie geschwächt haben, wie die anderen auch. Einfach nur der Ordnung halber. Wir haben es einmal. Aber hier haben wir... Die Mann haben wir... Ja, stimmt. So, Grassland-Kampfauftrag. Wegwächter der Erde. Hier, das gibt die Provozierung. Das ist eine sehr schöne. Das würde ich ja nicht sehr gerne machen. Ja, ja. Kämpfe Teilnehmer 3. Wenn nehmen wir denn mal. Wir nehmen Red, der mag ist sehr gerne. Cass hatten wir erst. Nehmen wir ausnahmsweise mal Yuffie. Und wir nehmen... Bärin, würde ich sagen. Auch wenn ich Yuffie, muss ich sagen, auch schon leichten Äfteln finde. Ganz dezent. Mit ihr Materia-Wahn. Müssen wir sie ja trotzdem zwischendurch mal einsetzen, ne? Oh, stupid! Das ist das. Ich bin im Abschied. Äh, sieh. Ripp. Was sind denn das für Rotgegner? Die Leine! Attacke! Töre die Strecke! Los jetzt! Jetzt! Wo ist der Rest? Da! Ein Moon! Alles klar! Aha! Wo ist er? Erwärm mich! Ich darf es! Da ist die Mucke hier laut im Camp Simulator. Oh, da hätten wir jetzt Feuer gebrochen. Naja. Geht anscheinend auch so? Auf die Zwölf! Schon erledigt. Das ging jetzt mal schnell. Mal sehr schnell. Na gut, wir sind vom Level ein bisschen höher, ne? So, und Kampf Nummer drei. Okay, muss man kurz, was gut können wir gerade, ne? Mal gucken, ob Red noch was gelernt hat. Ich glaube, er hat mich alles gelernt, ne? Ja. Dann gehen wir mal auf den Bernd. Und jetzt kann ich ihr das sagen. Hast du noch was? Auch nicht. Okay, umgefehlt. Die glaube ich ja. Na gut, ein Stein muss! Nimm das! Sch-sch-sch-sch-sch! Stein! Ah! So, ja, sie hat noch die Multiplizierung. Den probieren wir es morgen. Der Amel kommt, kriegt ein Sternchen. Das büßt du mir! Jetzt ist schlafen! Wie entschlaft der Isopress! Hie! Oh, komm raus da! Das tut mir! Schön. Die hätten wir auch. Na gut, ja gut. Nur die starke Überlebnisse. Ah! Juffi müssen wir erstmal drin lassen. Damit sie ihre Fähigkeit ein bisschen lehnt. Wir haben auch wieder da provozieren. Sehr schön. Das freut ein Dagema. Und wir machen aber noch einen Kampf. Juno und Aufdrücke war Herrscher der Lüfte. Elementaraffinität ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? So. Wir nehmen Juffi auf jeden Fall. Bei Kess bin ich mir da auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Das sieht man aber auch so nicht, ob die Fähigkeit gelernt ist, ne? Nein. Oh. Sehe ich nur die Stufe Waffenkunde? Okay. Red hat und Berit hat auch. Das wissen wir. Cloud müsste eigentlich auch haben. Bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Der hat ja auch erst neue Schwäcke gekriegt. Wenn wir mal Cloud rein. Aber Tifa hat jetzt glaube ich auch erst neue Handschuhe gekriegt. Gucken wir mal. Haben wir ja nebenbei gleich mitmachen hier. Kannst du mal? Lass mich mal. So, okay mal. Cloud ist zwar natürlich bei Luftfechern. Das war's. Nur nicht so hoch geeignet, ne? Absolut überhaupt nicht. So, aber gucken wir mal. Ja, hier. Ende mit Schrecken. Dafür braucht ihr aber zwei Leisten. Nicht übertreiben. Allerdings ist das ja hier nicht geeignet. Hey, du bist dran. So, und Tifa, ja. Die Kampfrost wäre, siehst du? Die natürlich auch nicht viel mit bei den Viechern hier. Ah, okay. Oh, warte mal. Wir müssen erst mal hochkriegen hier bei ihr. Dann schnappen wir uns erst mal den Luftnimmnitzel. Jetzt ist ganz so eine große Sache. Jetzt ist Schluss. So, und jetzt die Multiplizierung? Ich weiß nicht, wie wir Ninja gemacht sind. Beziehung ist weiter. Die, 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 die. Die, die. Ich will da so ein Lüffi. Ja gut, ich siehst ja auch her, ich stehe in Lüffi, ne? Ja, so kann ich aber Tifa und Cloud nicht wirklich. So, den erst mal wieder. Wir brauchen auf jeden Fall den Wind in Jitsu. Schockanfällig ist er wohl ja schon. Den nehmen wir jetzt Multiplizieren. Kleiner Griff in die Ninja-Trick-Liste. Oh, dann wechseln wir jetzt mal kurz auf Tifa. Und hauen da nochmal die Kampfhrausse wie rauf. Okay, die ist gemeistert. Sehr schön. Die Kampfhrausse wie rammeln. Die. Die. Okay, okay, okay. Das ist schon. Wie ist das? Hm. Jetzt hat mich. Nee. Okay. Ja, Wind brauchen wir hier. Das geht nicht anders. Oh, kein Wurf. Hab ich dich. Wie ist das? Jetzt nimm das. So, und jetzt die Multiplizierung? Wer da mitkommt, kriegt ein Sternchen. Nicht jetzt. Jetzt ist Schluss. Jetzt kann ich sein. Dann soll ich dir heim. Jetzt ist Schluss. Ja. Und du mir. Nicht allzu viel. Z-Doppelgänger. Ja, Doppelgänger. Dann soll ich dir heim. Okay, ich will mal was probieren. Sie hat ja auch Luft, ne? Tattentechnik. Das bringt sich total. Äh, die sind nicht Lüftanfälle. Ich, ich, ich. Das höre ich dir heim. Hab dich gewarnt. Ja. Ah, nix. Fühlst du mir? Gut. War nix. Setzt mir trotzdem nochmal. 1, 2, 3. Juppie, kommt herbei. Echt, jetzt. Ehe, nimm ihn 1, 2, 3. Juppie, kommt herbei. Zack. Ah. Ehe, ehe, ehe. Was ist denn das für viel hier? Okay. Dann nimm er mit. Dann werden wir zumindest ein bisschen los. Okay, aber die Fertigkeit haben wir auch gemeistert. Das ist doch schön. Die Vögel waren ein bisschen, wie soll man sagen? Ah, nix. Die. Aber dann haben wir unsere gute Elementar-Affinity. Das ist doch schön. So muss es, so soll es. Gut. Dann kommen wir ja so langsam hier mal. Hier wird es Bewusstsein geben. Ausdauer. Kraft. FP-Boost. Warum nicht? Besiege, küsst mich doch. Besiege, Fumon, Varus. Aha. Kommt wohl noch? Krass, dann haben wir auch noch so ein bisschen. Aber eins nach dem anderen. Wir gehen hier jetzt erstmal wieder raus. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Ich will einmal kurz, weil es ist gut gehen. Wegen den zwei Materier. Aber Claude ist momentan echt doof, weil der sowieso so wenig aus seiner Waffe hat. Die müssen wir später unbedingt wieder austauschen. Aber Beret, was hat er denn alles drin? Beret, da würde ich mich gerne echt provozieren geben. Ja gut, das braucht er nicht unbedingt, ne? Heilung das schon, das würde ich gerne. Amplifikation ist auch nice. Aber ich würde ihm auch gerne, wir nehmen gesteckte Attacke raus und gehen ihn dafür provozieren. Das ist natürlich auch nice. Das würde ich gerne Eris geben. Die Elementar-Infinität. Abbe, 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 abbe. Wo haben wir denn jetzt provozieren? Das war doch auch eine blaue, oder? Oder war es eine lila, ne? Da ist eine Lerne, alles klar. Provozieren. Gut, dann gehen wir einmal auf Eris. Da muss ich jetzt aber einmal gucken. Luft und Automagie. Widerstand, geschwächte Abwehr. Jetzt die Glücksbuß und Gewitter. Dann kommt Glück raus. Dafür kriegt sie die Elementar-Affinität. Die da. Was mich einfach dafür sorgt, dass wir einfach mal Gewitter auf alle Gegner brutzen können. Schön, schön. Bis auf Cloud haben auch alle, sehe ich gerade, ihre Fähigkeiten jetzt gelernt. Schön. Cloud kriegen wir auch noch hin. Bevor der ist am Ende. Morgen geht es hier weiter. Hat zu tun, haben wir noch jede Menge. Das sind ja nicht nur hier die Alleskonna-Aufträge, die wir übrigens auch machen. Sondern wir haben ja auch draußen noch jede Menge, ne? So nach und nach. Da muss ich eigentlich mal gucken, wie wir da hinkommen. Das ist hier nicht so einfach, aber... Wir haben unseren Schokobo. Klappt schon irgendwie. Vielen Dank für's Zuschauen. Bye, bye.